Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute mal was, was ich noch nicht gemacht habe, obwohl ich eine Brille aufhabe, werde ich heute nichts lesen. Ein Muckbange, da bin ich zwar nicht so ein Fan von, oh die kleine Katze kommt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei den meisten Videos, wenn ich dieses Geschmack so höre, da dreht sich mir regelrecht der Magen um. Also wem es genauso geht wie mir, wer das nicht hören möchte, der sollte dann jetzt das Video abgeben werden, weil es wie gesagt, ich habe da echt bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen habe ich da echt riesen Probleme. Ja, und da quatsch ich heute auch mal gar nicht lang rum, sondern da fangen wir mal an, aber erstmal ganz easy. So, mal gucken, ob ich das hier einigermaßen hinbekomme, weil das ist ja bei mir nicht so einfach. Ich muss dazu sagen, ich trinke nur Zero Cola, also was anderes, weil das kann ich keiner trinken. So, wenn ich das hier einigermaßen hinbekomme, wenn ich das hier einigermaßen hinbekomme, So, hast du mal ein Schlückchen getrunken? So, für die, die es noch nicht kennen, das ist der Super Mega Hype aus Japan. Das ist Moschee-Heis oder wie auch immer das wirklich ausgesprochen wird. Ich liebe das, das gibt es beim Rewe. Also lose, also jetzt nicht die abgepackten, sondern die kann man lose kaufen. Und das ist ein Strawberry-Strawberry-Strawberry-Strawberry-Strawberry-Strawberry-Cheesecake. Diese Sorte mag ich sehr gerne. Und dann gibt es auch noch Tropical-Kokos. Das mag ich auch sehr gerne. Ich habe mir auch noch Himbeer gekauft, das hat schon erst probiert. Ich habe gedacht, ich nehme mal das, weil das ist echt sehr, sehr lecker. Und das ist auch tatsächlich so ein Erdbeck. Das schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Und das schmeckt sehr, sehr gut. Das waren sehr große Stücke. Das ist die Masse. Ich glaube, es ist ein Verklebsalm. Wirklich total im Mund, aber es schmeckt sehr geil. Was ich natürlich nicht empfehlen darf. Da macht die Packung schöneres Sound als das Gummibärchen. Ich gehöre zu denen, die nicht die Roten bevorzugt, sondern ich esse am liebsten die Gelben. Ich bin da so der Gummibärchen-Fan und da esse ich lieber noch ein Stück hinter Schokolade. Ich bin da so der Gummibärchen. So, und jetzt kommt, ich glaube es ist Kersh, mit der blöden Reklame überhaupt, wow, ist das ein Kau, ich weiß gar nicht mehr, ob die das heute noch sagen, ich habe die vor drei Jahren im Wechsel, das fand ich so grauenvoll, da habe ich schon gar keinen Bock mehr gehabt zu kaufen. Das sind so richtige Plombenziehe. Das ist keine Katsu Soda, aber der Kuckmur macht es noch gar nicht mehr. Wow. Ich meine, so leid tut er jetzt auch nicht, wie der hier vor die Kamera zu hören. Warum eigentlich nicht? Und hier kommt noch mal die kleine Katze. Mensch, was es sich für der freut. Komm mal her. Ich finde es auch als ganz spektakulär entspannt. So, ist auch schon wieder weg. Okay. 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 Und hier, was von Weihnachten natürlich übrig ist, was auch auf gar keinen Fall zu Weihnachten fehlen kann, sind. Dominostein. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Das ist mir die Kamera abgeschmiert. So ein Ding. Ah, danke. Was für dich. So ein Ding. Okay. 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 ein kleines Luxemdreig da muss ich dir ja immer mit aller Gewalt vor die Kamera zerren so jetzt ist die hier oben im Raum da liegt irgendeine Weihnachtskugel rum da spielt sie jetzt mit ihr hier permanent hinter der Kamera und es wird dann laufen klack 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 und es wird hören sehr nervig deine Katze was ich auch gerne mag und es hat gar nicht so viel Kalorien natürlich wenn ich die ganze Packung auf einmal runter esse dann hat es natürlich auch viele Kalorien aber ansonsten hätte ich mal 3-4 Stücke essen die gibt es auch noch mit Panellekokos da schmecken die auch gut so 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 jetzt machen wir den Packung mal auf wasch mal den Krone total gerne wasch mal den Krone total gerne wasch mal den Krone total gerne so sehen die aus das das schöne das ist dicker so jetzt muss ich die kleine Katze mal zurecht verheißen weil das das ist also das war immer unerträglich so 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 Ich glaube, eins geht noch rein. Ich glaube, es geht noch rein. Die schmecken wirklich gut. Genau, und hier, was auch nicht fehlen darf zu Weihnachten. Lebkuchen. Also bei Lebkuchen bin ich sehr, sehr empfindlich. Ich esse nur die mit der dunklen Schokolade. Also alle anderen finde ich total widerwärtig. Die kann ich nicht essen. Ja, sehr gut. Ja, jetzt immer wieder. Also bei Weisbrunnen. Ich Maube eine dunkle Sorte Cπαuse. Also bei Reisbrunnen. Dann bin ich noch in einem ja schon ein bisschen was. Dann bin ich schon ein bisschen am Ende. Dann bekommst du dich auch mal ins Kylene. Also, du bist irre. Dann bin ich ja schon ein bisschen am Anfang. ationalisch. Ich habe das Glas hier unten am Boden gestellt, dass ich nicht mal kräftig mit dem Fuß dagegen getreten bin und die ganze Cola über dem Boden läuft. Ich habe das Glas hier unten gemacht, aber ich habe das Glas hier unten gemacht. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass das viele essen über Weihnachten, vor allem die Gans. Mir war so elend. Ich vertrag das nicht mehr mit dem Magen. Auch traurig. Zumal wird älter. So, noch ein Domino-Stein, das passt noch rein. So, noch ein kleines Schlückchen trinken. So, noch ein kleines Schlückchen. So, noch ein kleines Schlückchen. So, noch ein kleines Schlückchen. Du hast ohne Hände. Also, ich bekomme du hast ohne Hände von der Schokolade. So, noch ein kleines Schl absorption. Also, das ist auch kein kleines Schlückchen. März ist die Art von der Sch ramen diferentes. So, noch ein kleines Schluchmpferlaren? So, noch ein kleines Schluchf ist eimlich zu colon labouratoren. So, noch ein kleines Schluchf ist das neue Unkrimmfer AND die Ewerten Theyi. cylinders so steht dort auch auf Thankfullyamilいます. Okay. Okay. Woof! So, die kleine Katze hatte ich jetzt gemütlich gemacht. So, jetzt ist mir erstmal ein bisschen Elend, aber okay. Also wie gesagt, das Eis, das kann ich echt nur empfehlen, weil ich esse das wirklich gerne, aber das ist vom Preis her absolut unverschämt. Und da kostet die kleine Kugel, also Kugel ist ja falsch ausgedrückt, das kleine blickgewalzte Ding, beim Reweeladen, ich sag Reweeladen immer aus Spaß, eben muss ich wirklich mal innehalten, weil ich sag das immer aus Spaß, meine Freundin von mir, die sagt immer Reweeladen und das ist bei uns jetzt so ein Running Gag, wir sagen immer alle nur noch Reweeladen. Und jetzt sag ich das tatsächlich auch noch, also jetzt hier, ich sag das sonst nur so. Also beim Rewe kostet so eine kleine Kugel, so ein blattgewalztes Teil, 1,30. Ja, das ist schon relativ unverschämt. Oder was, 1,70, ist auch egal, auf jeden Fall teuer. Ich würde das eigentlich gar nicht kaufen. So, wie gesagt, das war es von mir. Mein erstes Muck, mal gucken, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten. Wie gesagt, ich bin, tu mich bei vielen schwer, weil ich dieses Geschmatze kaum ertragen kann. Ja, also, wie gesagt, haut rein, bleibt gesund und wunde und, ja, jetzt wünsche ich euch alles gut. Und bis dann, Ritani, die wieder den falschen Knopf gedrückt hat. Ich glaube, das gab nicht mehr. Ich glaube, das gab nicht mehr.